So Leute, was geht? Willkommen zu meinem Video auf dem Kanal Boysland. Ich bin Tristan. Heute habe ich leider keinen Freund dabei oder Bruder, denn ich wollte heute auch nichts machen. Ich wollte euch gerade meinen Ort zeigen, wo ich lebe, wo ich großgezogen werde und was ich hier so treibe. Dann würde ich sagen, kommt mal mit! So Leute, ich habe jetzt mein Hoverboard geholt und ich würde sagen, wir starten jetzt die kleine Raumtour. Nochmal riesen Dank an das erste Video und die ganzen Abonnenten. Ich weiß, ihr wollt mehr und deswegen liebe ich euch auch mehr. What? Gagagagagag Hier sind die paar Rohre. Da kam die Feuerwehr immer, wenn sie gebrennt hat, kam die Feuerwehr immer und hat da ihre Schläuche angeschlossen und hat das Feuer gelöscht. Langweilig. Nein. Oh, nee. Äh, 3000 Jahre später. Kleine Panne. Wir sind hier. Ok Leute, hier ist der Ostebrunn, der ist schon ziemlich alt, hier drinnen sind auch ganz viele Sachen. Was tut ihr so? Nee, ist nur eine Alarmange. Die habe ich da versteckt. Okay, Leute, hier ist mein alter Trainingsplatz und Spielplatz. Das ist sozusagen mein Fußballheim. Was erhoffen Sie sich von dieser Saison für Schalke? Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke? Super, echt super. Wo, glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz? Oh, ja, ist alle. Okay, Dankeschön. Okay, hier erstmal hoch. So, und hier ist es dann schwierig. Und hier ist es von der See, da musst du hier noch ganz hinten greifen oder du gehst einfach so weit, wie du kannst. Und hier oben ist jetzt nicht allzu viel. Hier ist so ein kleines Netz. Und da ist so eine Feuerwehrrutsche. Dann hinten ist mehr. Ich bin jetzt hier oben auf der Hängebrücke. Und hier, ihr seht, alles, wie durch das kann nichts passieren. Man kann hier auch so hochklettern. So. Und hier ist es so gut. Und hier muss man keine Angst haben. Da hinten ist nur ein kleiner, enger Raum. Boah, jetzt sollte ich jetzt die Milchschuhe. Okay, Leute, da lang geht's für mein Kuro. Und hier haben wir hier die Seite A, nenne ich das immer. Ich nenne das immer die Seite A und Seite B. Wir haben zwei Pausenhofseiten. Langweilig. Dann würde ich sagen, wir können ja nachher vielleicht noch mal vorbeischauen und uns lecker Chips gönnen. Ich hab jetzt mein Fahrzeug gewechselt. Jetzt hab ich meine Zahnbronne, da war bei uns ein bisschen Brot. Die Brotlandrande, da ist die Brot. Wir haben draußen und wir werden jetzt von der Brotland. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ja, lasst mir ein Like und ein Abo da. Und ich finde es auch sehr gut, dass die letzten Videos bei euch ziemlich gut angekommen sind. Wir machen jetzt immer weiter so. Für euch wäre es für YouTube-Videos. Denn wir sind YouTube-süchtig! Das sind immer wieder so. Wir machen jetzt Coin. Ich bin hier oben. Und da ist es rein. Alles klar? Ach, wie ist ich das? Zah WILL THEYbased José? Ah! Ihretatenover? Das ist auch noch eine Kugel. Ja. Ja. Oh nein. Wie dann eingekackt ist. Ja. Alles schön an den Schmatzen. Hier. Muss ich da noch ein Stück? Wuh! Wuh! Ah! Okay, Leute. Ich bin jetzt vor dem Bonus angekommen. Das Brennen der Finale ist angekommen. Wir gehen jetzt zum Bonus und kaufen uns Touchups. Komm. Maske auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Out.